So, das hier ist ein Cent. Sieht klein aus, richtig, ist er auch. Und das ist eine Rundumlichtsteuerung. Die ist kleiner als die andere, aber richtig größer als ein Cent. So, und das hier ist Herr Christen von der Firma Kilotech. Der hat die Rundumlichtsteuerung gebaut. Und wie die aussieht, wenn sie leuchtet, das zeigt der Herr Christen euch mal, wenn er sie einschaltet. Und sie leuchtet. Wenn der Herr Christen jetzt diesen Schraubendreher nimmt und an dieser Schraube hier dreht, dann dreht sich das Rundumlicht schnell oder langsam. Das funktioniert mit der Pulsweitenmodulation. Klingt komisch, ist aber so. So, und übrigens, das ist das Bier von der Christen. Ohne diesen Bier macht der Herr Christen nämlich gar nichts. Und wofür man so ein Rundumlicht braucht, das erklären wir euch nach der nächsten Maus.